Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Gardena Schlauchboxschlauch wechseln und somit natürlich auch den Rollup Gartenschlauch richtig tauschen kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte meinen alten Gartenschlauch in der Schlauchbox einmal gegen einen neuen austauschen und hierfür müssen wir natürlich zuerst einmal unser Wasser dementsprechend absperren. Danach können wir unseren Schlauch auch schon mal ganz herausziehen und ganz am Ende muss er sich auch noch festsetzen. Und wenn wir vorne in unsere Öffnung von der Schlauchbox hineinschauen, sollen wir auch schon sehen, dass die Durchführung für den Schlauch recht weit oben sitzt. Sobald das passt, können wir auch schon einen kleinen flachen Schraubendreher zur Hand nehmen und dann müssen wir mal auf der Seite, wo unser Zulaufschlauch in die Box hineingeht, da vorsichtig diese Blende einmal etwas nach vorne raus hebeln und die drei darunter liegenden Torx-Schrauben einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn lösen. Nun gehen wir auf die andere Seite von unserer Schlauchbox und können auch hier einmal die Verblendung lösen. Und darunter können wir auch schon diese mittlere Schraube einmal wieder komplett gegen den Uhrzeigersinn lösen. Bitte auf keinen Fall diese drei hier außen, da sich darunter nämlich der recht gefährliche Federmechanismus befindet. Auf der anderen Seite können wir dieses weiße Bauteil auch schon mal nach draußen ziehen. Und da geht es einfach darum, dass wir dieses noch etwas weiter raus bekommen, indem ich den Zulaufschlauch auch immer wieder etwas hinterher drücke. Meinen Zulaufschlauch kann ich danach auch schon in Ruhe lassen. Jetzt geht es mal noch darum, dass wir hier unten unsere Schlauchschelle von dem Gartenschlauch lösen. Am leichtesten geht das normalerweise wieder mit dem flachen Schraubendreher, indem ich hier hinten mal etwas hineingehe. Und dann schaue ich, dass ich einfach das Ganze etwas nach vorne aufhebele. Und somit hat sich dieser nämlich auch schon richtig gelöst. Der alte Schlauch sitzt bei mir so fest, dass ich keine Chance habe, den runterzuziehen. Deswegen habe ich mal noch ein Cuttermesser zur Hand. Nehme ich hier oben etwas hinein, schneide natürlich auch nicht zu tief, nicht dass wir unseren Flansch irgendwie verletzen. Und dann sollte sich das Ganze auch schon besser runterlösen. Im nächsten Schritt die Schlauchschelle schon einmal wieder herunterziehen. Und wir können unseren Schlauch auch schon vorsichtig herausziehen, sodass ich die Arretierung auf keinen Fall lösen kann. Den neuen Schlauch kann ich jetzt von vorne auch schon durch unsere Führungsschiene hier einmal hindurch geben. Und dann kann ich mit der anderen Hand auch fühlen, wo unsere entsprechende Öffnung ist. Und dann gebe ich mal den Schlauch dementsprechend durch, dass er natürlich auch wieder hier ordentlich durchpasst. Jetzt bitte nicht vergessen, unsere Schlauchschelle erst einmal hier oben auf den Schlauch drauf zu geben. Und dann können wir den Schlauch nämlich auch schon wieder auf unseren entsprechenden Anschluss drauf geben. Die Schlauchschelle gebe ich danach natürlich über den Anschluss wieder drüber, dass danach auch alles ordentlich dicht wird. Und mit der Hand können wir es leider nicht zusammenpressen, weswegen wir natürlich auch eine entsprechende Wasserpumpenzange brauchen. Wenn alles richtig vorbereitet ist, können wir das weiße Bauteil auch schon wieder in unsere Schlauchbox hineingeben. Wichtig ist nur, dass hier oben so eine kleine Aussparung ist. Bedeutet einfach, wir müssen jetzt schauen, dass wir unser weißes Bauteil mal so hindrehen, wie es später auch hineinkommt. Und der Anschluss von unserem Schlauch, der muss jetzt aber nach oben gedreht werden, dass er natürlich auch bei unserer Aussparung richtig hineinpasst. Danach kommt die Fummelarbeit, da ich jetzt natürlich vorsichtig wieder schauen muss, dass das Ganze irgendwie hier in meine Schlauchbox auch richtig hineinpasst. Wir können wie gesagt auch diesen Anschluss vielleicht sogar am Anfang etwas nach unten drehen, dass wir es hineinbekommen. Und dann hier innen drin den Anschluss wieder nach oben drehen. Hier braucht man einfach etwas Geduld, bis es doch am Ende dann mal richtig passt. Und wir können die drei Schrauben auch schon wieder festdrehen. Unsere Abdeckung können wir auch mit gutem Gewissen wieder aufbringen. Hierbei nur nach diesen drei Nasen sich orientieren. Bedeutet, die müssen hier oben am Ende auch wieder richtig rein. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Schraube natürlich auch wieder mit Gefühl im Uhrzeigersinn festdrehen. Und können auch hier die Kappe wieder richtig rum aufsetzen. Die Schlauchbox passt zu weit. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Stopper von dem alten Schlauch und vor allem auch die Kupplung hier entfernen. Die Kupplung kann man normalerweise einfach hier per Hand gegen den Uhrzeigersinn das Ganze einmal lösen. Falls nicht, müssten wir natürlich mit einer Wasserpumpenzange etwas stärker dran drehen. Und wir können diese auch schon ganz einfach runternehmen. Beim Stopper müssen wir insgesamt zwei Schrauben lösen. Zum einen mal die auf dieser Seite. Und wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir noch einmal eine andere Schraube. Beim neuen Schlauch den Stopper dann so circa 10 bis 15 Zentimeter von vorne einmal entfernt wieder aufbringen. Die erste Schraube im Uhrzeigersinn mal mit Gefühl festdrehen. Und wenn ich meinen Stopper bzw. meinen Schlauch einmal um 180 Grad drehe, kann ich auch schon meine zweite Schraube festdrehen. Für die Kupplung muss ich zuerst einmal meine Überwurfmutter auf den Schlauch drauf geben. Danach den Schlauch hier vorne einmal mit Gefühl und leichten Drehbewegungen hineinfädeln. Das schaut auch schon gut aus. Und wir können die Überwurfmutter dann auch schon mit Gefühl einmal hier vorne im Uhrzeigersinn festdrehen. Normalerweise sollte per Hand hier auch vollkommen ausreichen. Und falls es am Ende doch irgendwie leicht undicht sein sollte, können wir natürlich mit einer Wasserpumpenzange immer noch mit Gefühl das Ganze nachziehen. Den neuen Schlauch kann ich dann auch schon mal in die Schlauchbox hineinziehen lassen. Zum Schluss sollten wir alles auf jeden Fall noch auf Dichtheit überprüfen. Bedeutet, mein Wasseranschluss hier hinten kann ich mal öffnen. Die restliche Luft in dem Schlauch lasse ich auch mal hier vorne raus. Und dann wirklich alle Stellen, an denen wir irgendwie gearbeitet haben, bedeutet auch bei der Kupplung hier vorne das Ganze mal mit der Hand fühlen und schauen, ob hier irgendwo Wasser rauskommt. Und wenn hier innen drin etwas undicht sein sollte, dann sollte das Wasser normalerweise auch schon hier unten bei unserem Schlauch entlang laufen. Bei mir schaut es aber super aus, weswegen wir jetzt auch schon hier bei unserer Schlauchbox den Gartenschlauch einmal richtig gewechselt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine Schlauchbox in den verschiedensten Varianten oder natürlich auch so einen Gartenschlauch in den verschiedensten Längen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben sehen, um das Video in der Videobeschreibung zu machen.